Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu der Podiumsdiskussion über Belarus. Eine Diskussion, die dazu dienen soll, Kenntnisse zu vertiefen über die Protestbewegung in Belarus und die staatliche Reaktion darauf. Belarus ist zurzeit in aller Munde, was vor ein paar Monaten noch völlig anders war. Die Ignoranz über Belarus, die wie gesagt vor einigen Monaten noch herrschte, wird ganz schön eingefangen in einer Episode in der BBC-TV-Serie Sherlock, wo der zeitgenössische Detektiv Holmes in seinem Apartment in der Baker Street von einer Reise aus Minsk zurückkehrt. Und da fragt ihn Dr. Watson, ob er seinen russischen Fall erledigt habe. Bielarussischen, berichtet ihn dann Holmes. Also die Fähigkeit, Russland von Belarus unterscheiden zu können, so wird es in den Filmen nahegelegt, ist ein Zeichen von außergewöhnlichem Scharfsinn und großer Brillanz. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen grundlegend geändert durch die Ereignisse in Belarus, sind Belarus, West- und Mitteleuropa zumindest in der Beobachtung näher gerückt. Der Westen kann in dem Konflikt zwischen der Protestbewegung, die das Volk verkörpert, und der Staatsmacht nicht eingreifen, aber die westlichen Öffentlichkeiten beobachten die Freiheitsbewegung mit großer Spannung. Denn in den Augen des Westens geht es auch um einen Konflikt um die eigenen Werte und um die Frage, wie der Westen angemessen reagiert. Diese Fragen werden jetzt in unserer Diskussion nicht im Vordergrund stehen. Wir mögen sie am Ende berühren. Im Vordergrund steht die Frage nach der Kultur und der Gesellschaft in Belarus, nach der Frage der Hintergründe der augenblicklichen Auseinandersetzung. Für diese Diskussion konnten eine Wissenschaftlerin und zwei Wissenschaftler gewonnen werden, die aus Belarus kommen, zum Teil schon lange in München arbeiten, zum Teil für einen kürzeren Forschungsaufenthalt hier sind und die alle seit Langem zur Geschichte und Politik von Belarus arbeiten. Ich stelle die Diskutantinnen und die Diskutanten kurz vor. Das ist Jekaterina Keding. Sie hat Geschichte und Anglistik an der Belarusischen Pädagogischen Universität in Minsk studiert. Und dann den Masterstudiengang Osteuropa-Studien an der LMU München absolviert. Zurzeit ist sie Doktorandin, fortgeschrittene Doktorandin mit dem Thema Zweiter Weltkrieg und nationalsozialistische Besatzung in Museen, Gedenkstätten und Denkmälern der Republik Belarus. Und zu ihrem Themenfeld hat sie bereits acht Aufsätze veröffentlicht. Anton Lewicki hat Globalgeschichte an der Belarusischen Staatsuniversität in Minsk studiert und er arbeitet an einer Promotion im Rahmen der Kladuierten Schule für Ost- und Südosteuropa-Studien der LMU, die übrigens zusammen mit dem Kollegium Carolinum hier Veranstalter ist, über die Geschichte der Intelligenz ja in Belarus seit 1991 und auch erst mit fünf Aufsatzpublikationen schon ein erfahrener Wissenschaftler. Dr. Vyacheslav Jaraschivitz schließlich ist Associate Professor an der Belarusischen Staatsuniversität, der Belarusischen Staatlichen Wirtschaftsuniversität und der Internationalen Universität Mitsu. Seine Forschungen liegen im Bereich der internationalen politischen Ökonomie. Dazu hat er zwei Monografien 2011 und 2017 vorgelegt. Zurzeit ist er Humboldt-Stipendiat an der LMU München und arbeitet über die Eurasische Wirtschaftsunion. J. Vyacheslav Jaraschivitz sitzt hier neben mir. Die anderen beiden Diskutanten sind über Zoom zugeschaltet. Mit J. Vyacheslav werden wir auf Englisch das Gespräch führen. Ich stelle am Anfang allen dreien eine Frage mit Bezug auf die jeweiligen Forschungen, die unsere Diskutanten selbst durchführen. Und diese erste Frage kann etwas länger beantwortet werden. Und dann schalten wir in einen etwas schnelleren Modus über. Hier Katharina Keding, ich beginne mit Ihnen. Welche Rolle spielt die bielarussische Erinnerungskultur, etwa der Partisanenmythos, für die Gesellschaft in Belarus heute und speziell für die Protestbewegung? Ja, vielen Dank für die Frage und auch für die Einladung, in diesem Webinar heute über die aktuelle Ereignisse in Belarus zu sprechen, die Martin Schulze-Wessel schon erwähnt hat, erforsche ich zu Erinnerungskulturen an den Zweiten Weltkrieg und vor allem in Museen, Gedenkstätten und Denkmälern und sehe bei den aktuellen Ereignissen, die ich natürlich auch verfolge, bestimmte Anknüpfungspunkte auch für meine Forschung. Zu Beginn möchte ich sagen, dass vielleicht für genau alle das Publikum das Zweite Weltkrieg ein zentraler Punkt für den Aufbau der belarussischen Identität ist und dass eigentlich für das Land kein anderes historisches Ereignis, das heutige Land wie Zweiter Weltkrieg, hat das Land so stark geprägt als dieser tiefst traumatische Konflikt, der in Belarus immer noch als der große Quaterländische Krieg bezeichnet wird. Und die aktuellen Ereignisse widerspiegeln auch diese Tatsache. Noch am Wahlabend, am Sonntag, den 9. August, versammelten sich Zehntausende Protestierende in Minsk an der Kreuzung des Prospekts der Sieger und des Mascherow-Prospekts. Dieser Ort ist ein wichtiger Teil der Erinnerungslandschaft an den Zweiten Weltkrieg in Minsk. Seit 1984 befindet sich hier ein Obelisk, Minsk-Heldenstaat, ein Sygesymbol, das Partisanen- und Untergrundkampfleistungen der Belarusen im Zweiten Weltkrieg würdigt. 2014 wurde auf Wunsch von dem heutigen Präsidenten Alexander Lukaschenko neben diesem Obelisken ein Museum der Geschichte des großen Quaterländischen Krieges erbaut und eröffnet. Genau, mit der Platzierung des Museums dort wollte Lukaschenko zum einen einen Bezug auf die sowjetische Erinnerungskultur nehmen, denen wichtig ist. Und auch mit der Errichtung dieses Museums wollte er auch die modernisierte Erzählung über den Krieg im Sinne von ihm geschaffenen Nationalstaates abbilden. Die Entscheidung für diesen Ort als Protestort fiel wohl eher am Tag der Wahl oder kurz davor. Es gibt auch Meldungen, dass es erst am Abend der Wahl fiel dieser Entscheidung und wurde ganz stark von dem Telegram-Kanal Nechta bekannt gemacht. Und diese Nachricht verbreitete sich dann über soziale Netzwerke. Der Ort selbst wurde zum ersten Mal als ein Protestort ausgewählt, nicht zuletzt auch von jungen Leuten wegen seiner weitläufigen Flächen, da man hier besser von der Polizei entkommen kann. Genau, die anderen Protestorte von 2006 oder 2010 fanden auch den Oktoberplatz oder am Platz der Unabhängigkeit. Eine Woche später, am Sonntag, den 16. August, fand am selben Ort eine Massendemonstration statt. Sehr zahlreich mit über 200.000 Protestierenden statt. Während dieser Demonstration, die allen wahrscheinlich auch gut bekannt ist, weil die mit sehr vielen Bildern dann auch in europäische Presse einging und viele Seiten betitelte, wurde das Symbol des Sieges von den Demonstranten neu gesetzt. Von dem Obelisk und dem Museum wurde weiß-rot-weiße Flagge angebracht, das Symbol der Protestbewegung, die heute 2020 für einen breiten Neuaufbruch für Demokratie und Souveränität steht. Eine Woche später, am Sonntag, den 23. August, vor dem Stattfinden einer weiteren großen Sonntagsdemonstration, gab das Verteidigungsministerium eine Warnung heraus, dass alle Gedenkstätten und Denkmäler an den großen Vaterländischen Krieg vom Verteidigungsministerium unter Schutz gestellt werden und dass im Falle von Ordnungsstörungen an allen diesen Orten Demonstranten nicht mit der Polizei, sondern mit der Armee zu tun haben werden und bekommen werden. Auch das Museum der Geschichte des großen Vaterländischen Krieges und Obelisk wurden an diesem Sonntag komplett mit Metallgittern und Stacheldraht abgeriegelt und von Soldaten bewacht. Hier sehen wir in dieser Handlung, dass das Regime unbedingt eine weitere Vereinnahmung von Erinnerungsorten an den Zweiten Weltkrieg durch die Protestierenden verhindern wollte. Und schließlich am vergangenen Sonntag, am 6. September, als sich tausende Protestierenden zum Palaz der Unabhängigkeit dem Sitz von Lukaschenko marschierten, sie machten das über das Gelände des Museums der Geschichte des großen Vaterländischen Krieges und da wurden beim abgeriegelten Museum und Obelisk durch Lautsprecher an Protestierenden mehrmals folgende Botschaft übermittelt. Auf der weiß-rot-weißen Flagge befindet sich das Blut von Belarusen, die von Faschisten und Kollaboratoren-Verrätern ermordet wurden. Mit dieser Botschaft wurde den Protestierenden unterstellt, sie kämpfen in Kontinuität mit dem Nationalsozialismus gegen die eigenen Einwohner, wie es damals belarussische Kollaboratoren gemacht haben, die diese Flagge zwischen 1941 und 1944 verwendeten. Allerdings ist diese Botschaft für die Belarusen nicht neu, wurde auch jetzt nicht ganz beachtet. Sie gehört bereits seit 1944 zum Repertoire von Alexander Lukaschenko, seit seiner ersten und der einzigen fairen Wahl. Er benutzte dieses Argument damals und dann immer wieder, um die nationalistische Opposition zu marginalisieren und auch um die staatliche, um die nationale Symbolik zu diskreditieren. 1995 wurde schließlich die weiß-rot-weiße Flagge, die von 1991 bis 1995 ein Heuheit-Zeichen des souveränes Belarus war, durch die aktuelle rot-grüne Flagge ersetzt. Interessant bei diesen Protesten ist 2020 aus meiner Sicht, dass es aber vielmehr die Demonstranten sind, die das Lukaschenko-Regime, das sich durch ein repressives und gewaltsames Vorgehen auszeichnet, mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen. Noch während des Wahlkampfs wurde das fest verankerte Gedächtnis an den Zweiten Weltkrieg, das in Belarus ein fester Bestandteil der Erinnerungskultur und auch der schulischen Vermittlung der Geschichte ist, reaktiviert. Drei Jahre nationalsozialistische Besetzung hatten auf dem Gebiet des heutigen Belarus viele Opfer gefordert, mehr als 1,7 Millionen Tote, jeder dritte oder vierte Belarus ist umgekommen, der Großteil von ihnen Männer. Somit mussten die Frauen übernehmen. Und auch heute, 2020, bestand das weibliche Triumvirat gegen Lukaschenko aus Frauen, die politisch aktiv waren, weil ihre Männer oder ihr Ehemänner nicht in der Wahl antreten durften, im Gefängnis saßen oder fliehen mussten. Und als Männern und hauptsächlich Männern dann auch in den ersten drei Tagen nach der Wahl Gewalt wieder vor, standen wiederum Frauen auf, um ihre Männer und Kinder zu verteidigen. Die Bilder der Menschenjagd von Amon, und Amon ist der Name einer Spezialeinheit der Polizei, die gegen die Demonstranten eingesetzt wird, beschleunigten diese Reaktivierung. Viele Augenzeugen sind überzeugt, dass staatliche Gewalt in diesem Ausmaß, zuletzt unter der deutschen Besetzung im Sommer 1944, zu beobachten war und Berichte, die sehr stark auch über soziale Medien und unabhängige Medien verbreitet wurden, über Folter, Erniedrigungen, sexuelle Gewalt im Isolationszentrum Okrestino, bestätigten bei vielen Augenzeugen auch diese Assoziation mit der NS-Besatzung. Gestapo wurde zum neuen Symbol für Omon, zum neuen Synonym für Omon, wie man das an den Plakaten der Demonstranten sehen konnte. Und vielleicht noch der letzte Punkt, was mir wichtig erscheint, also alle, die die Geschichte von Belarus kennen oder mit den Erinnerungskulturen im östlichen Europa gearbeitet haben, wissen, dass die Abwehr des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg schon ein Gründungsmythos der belarussischen sozialistischen Sowjetrepublik war und dass es auch ein Gründungsmythos, den Lukaschenko auch weiter pflegt. Es geht bei diesem Mythos um einen Volk von Partisanen, dem es gelungen war, durch dezentrale, fluide Kriegsführung den übermächtigsten Feind auf seinem Territorium abzuwehren. Und im Jahr 2020 sehen wir eigentlich, dass dieser übermächtigte Feind nicht von außen kommt und für die Bevölkerung in Belarus, die meisten unterstützen Lukaschenko nicht mehr, für die wird sozusagen dieses eigene Staatsapparat mit seiner polizeilichen und militärischen Macht zum Inbegriff existenzieller Betreuung und die es auch mithilfe dieser fluide, dezentralen Partisanentaktiken zu besiegen gilt. Und natürlich sind diese Massendemonstrationen mit weiß, rot, weißen Flaggen vor dem Obelisk, vor allem abends, genau, wenn es so beleuchtet ist und man diese Inschrift Minsk Heldenstaat sieht, genau, und diese Flaggen auch vom Museum verleihen diesem Ort eine neue Bedeutung. Minsk wird von einer Partisanenheldenstaat im Zweiten Weltkrieg zu einer Heldenstaat im Kampf gegen die Diktatur von Lukaschenko. Genau, und das ist so meine Beobachtung bis jetzt, genau. Ja, herzlichen Dank, Frau Keding. Das sind ganz spannende, wichtige Hintergründe, auf die wir später noch zurückkommen werden. Also auch verschiedene Fragen. Die Frage nach den Symbolen wie der Flagge, aber auch dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der Protestbewegung. Ich fahre jetzt erst mal fort und frage Anton Javitsky nach der Rolle der Intelligenz, ja, also nach unserer Vorstellung, die natürlich von 1989 stark geprägt ist, spielen Intellektuelle oft eine, teilweise jedenfalls, eine herausragende Rolle. Und da liegt die Frage nahe, ob das in Belarus heute ähnlich ist oder welche Gruppen die tragende Rolle spielen. Ja, erst mal vielen Dank für die Einladung. Kurz gesagt ist es natürlich kein Protest oder keine Bewegung der Intellektuellen in dem Sinne, wie etwa die demokratische Bewegung der 90er Jahre ein Projekt der damaligen Intelligenz war. Die heutige Bewegung in Weißrussland ist viel zu dezentralisiert. Außerdem ist die Beziehung der Intellektuellen selbst zu dieser Bewegung widersprüchlich. Einerseits herrscht ein breiter Konsens über die strategischen Ziele der Protestierenden. Andererseits gibt es aber viele Meinungsunterschiede bezüglich der Taktik. Also die jetzige Protestbewegung in Belarus stützt sich auf das Vermächtnis der Demokraten aus den 90er Jahren. Das erkennt man einerseits an den Symbolen dieses Protests, an der politischen Rhetorik, an den historischen Bezügen, die immer wieder zu diesen Ereignissen genommen werden, aber auch an der Programmatik, was sehr viel wichtiger ist. Diesen Konsens über die Ziele der Protestbewegung kann man wahrscheinlich mit dem Wort Rechtsstaat zusammenfassen. Die Philosophin Olga Sparaga hat neulich in diesem Zusammenhang von Gesetz und Verfassung geredet, als Leitparolen der Protestierenden. Daraus ergeben sich auch konkrete Forderungen der Demonstranten. Aufklärung der brutalen Polizeigewalt in den ersten Tagen nach dem Wahlsonntag und neue rechtstreue Präsidentschaftswahlen. Wiederholt haben die Demonstrierenden auch von menschlicher Würde geredet, die der Staat natürlich zu respektieren haben. Im Hintergrund dieses Programms wirkt aber ein tiefgreifender Stimmungswechsel in der Bevölkerung. Die Mehrheit der Weißrussen hat im Wahlkampfwind. Nicht ungefähr hat Savoyevich übrigens auch von den Zielen des Protests als kapitalistisch-liberal geredet. In der Tat kam Logaschenko an die Macht 1994 in der Realismuskritik. Er hat argumentiert, dass eine zentralisierte Vermögensunverteilung unter der Aufsicht der Staatsorgane viel effizienter und moralischer sei als der Markt. Und der Markt war ja eben das erklärte Ziel der damaligen demokratischen Bewegung. Deswegen hat die Mehrheit der Bevölkerung das System von Logaschenko auch über diese jahrechen Weg unterstützt. Nun ist die Stimmung, wie mehrere Umfragen seit 2018 gezeigt haben, gekippt. Eine relative Mehrheit der Weißrussen verknüpft ihre Hoffnung auf Wachstum und Wohlstand mit dem privaten Sektor, nicht mit dem Staat. Diese ideologische Wende macht es möglich, dass die Bewegung sowohl der Intellektuellen als auch eine breitere soziale Kreise erfasst. Ungeachtet dieser ideologischen Annäherung zwischen den beiden Gruppen sozusagen oder zwischen den intellektuellen und den breiten sozialen Gruppen gibt es auch erhebliche Widersprüche. Klar ist, dass die Rolle der Intelligenz in der heutigen Protestbewegung von Grund auf anders ist, als das in den 90er Jahren der Fall gewesen ist. Viele Historiker haben übrigens vom Tod der Intelligenz in Bezug auf die 90er Jahre gesprochen. Ein wichtiger Faktor, der zum Bedeutungsverlust der moralischen Elite, also der Intelligenz, geführt hat, war der Zusammenbruch des alten Kulturbegriffs. Die hohe Kultur und deren Institution wurden seit 1990 ungefähr in der Gesellschaft marginalisiert und verdrängt. Das sieht man auch am heutigen Protest. Die Sinnstiftung der Protestierenden ist chaotisch fluide. Sie sieht vielmehr nach einem Karneval aus, im Sinne von Bachtin. Beispielsweise ist das Plakat zum wichtigsten Medium des Protestes geworden, statt von Gedicht und Essay, wie es in den 90er Jahren der Fall war. Die Protestierenden greifen gerne auf Ironie und Sarkasmus zurück. Man sieht sogar anstößige Beleidigungen von Lukaschenko und den Polizisten. Im intellektuellen Milieu sagt es, in der Zusammensetzung des Protests sieht man auch einen Strukturwandel der Öffentlichkeit am Werk. Es sind vornehmlich Blogger und politische Kommentatoren, die in den Ablauf der Ereignisse effektiv eingreifen. Herr Dierwitsch, die man kann sich jetzt sehr schlecht verstehen. Man muss auch sagen, dass Sie aus Minsk zugeschaltet sind. Es ist nicht völlig selbstverständlich, dass die Leitung gut läuft. Wollen wir an dieser Stelle, ich glaube, die Hauptbotschaften sind gut herübergekommen. Und ich würde jetzt einfach die Stichworte, die Sie schon gemacht haben, Sie haben ja auch von Wirtschaft gesprochen. Würde ich jetzt weitergeben an Herrn Dr. Jarasiewicz. Und später, wenn die Leitung vielleicht wieder besser läuft, dann könnten Sie gerne in der allgemeinen Diskussion dann Ihren Punkt auch noch mal zu Ende führen. Also meine Frage an Sie ist jetzt, Herr Dr. Mann, meine Frage an Sie ist die Rolle der Ökonomik. Well, usually wir denken, dass die Revolutions sind auf die Ökonomik questions basiert. Was ist die Rolle der Ökonomik in der Leitung heute? Well, to me, thank you very much for the invitation to take part in this very interesting discussion. And to me, as an economist, and as a political economist in particular, it is quite interesting to observe that there seems to be no immediate or direct economic cause for this protest. Belarus has been in economic trouble for many years. But beginning this year, I mean, we haven't seen so much of direct economic triggers as you would have imagined in other countries due to lockdowns or other pandemic-related measures. Belarus was not in the lockdown, economic activity was not restricted in any sense, and people were free to do what they wanted to do. But since, what is interesting and what is obvious to me as well is that it seems that this protest are, if there is an economic dimension in them, and there certainly is, it's mostly accumulated one. It's something that was built up over the years, especially over the last 10 years, I suppose. Because if you look at the statistics and if you talk to people, they would share probably my understanding that in the last 10 years, Belarus has been like in a kind of economic stalemate. It has not been growing the way it did beginning from the late 90s, especially from the early 2000s, when we observed the growth rates of about 10%, sometimes even more, but on average from 1996 to 2012 I think the growth rate was about 7%. Whether you believe these statistics or not, but it's in international databases and you can verify it with some authoritative sources. But in the last 10 years after the global financial crisis, Belarus stopped performing the way it did before the financial crisis, basically. And I think that built up a lot of negative sentiment, especially among the young people who I think form the core of this protest. It's basically about these opportunities that they don't see and they think they're losing time and they're getting very impatient. And what we see now is the moment of anger. Basically, it's just, I would say it's in political economy terms, it's like a perfect storm. Basically, we have this economic sentiments, we have this pandemic situation, we have this political developments like the elections result, which is absolutely like out of reality. People don't believe this figure, like 80% for Lukashenko, of course. And also, you don't have to discount some external influence, especially on the part of Russia. And of course, this is the new media dimension. This is very important. So, I think it's like a situation which is quite unique for 2020. And apart from the economic reasons or causes, it would have an economic impact as well. And my feeling is that this input can be quite severe, but I don't think it will be as severe as some people on the ground in Belarus fear that we may have a collapse of the economy. Because of the structure of Belarus economy, I don't think we're going to see this collapse as imminent. It may take some time to evolve, to unfold, but at the end of the year, we may see some very negative figures, which would mean that there will be even more negative economic sentiments on the part of a very sizable proportion of the population. I mean, I'm not here to say how much in terms of numbers people trust or don't trust the government. I mean, because I'm not a sociologist too, and there is no independent sociology in the country anyway. But what you can see and what you can feel when you're in the country, of course, is that people, the level of distrust for the authority is quite high, and I think it's unprecedented. And these protests are unprecedented as well. I mean, we've never seen so many people out in the streets since the very, very early 90s. I think the last time Minsk saw protests of this scale was 1990 or 1991 when there was like an accidental process by the workers who were fed up with enterprises not working and prices rising up, but that was even before Lukashenko came to power in 1994. And during his reign for the 26 years, Minsk never seen anything like that. So it's a very unusual situation, and time is yet to show what is going to evolve in economic terms truly. But I'm pretty sure it's going to be negative for the impact of this province as well for the economic situation. Okay, maybe one follow-up question to you. You mentioned COVID-19. How did Lukashenko cope with COVID-19? And is the protest also based on this question? Yeah, coping with some extent, to some extent, yes. Because Lukashenko's reaction and state strategy or tactics, whatever you say, I mean, I think for now it's tactics has been quite unusual for Europe and for much of the world. I mean, Belarus didn't impose this lockdown measures. And you can still hear in official media in Belarus a lot of reference to Sweden. As an example, Belarus follows and being even praised for, you know, that they didn't impose these restrictions and the effect is about the same. But of course, you have to be careful with the statistics and you have to still wait for some time to get the full picture, which is going to be there anyway, because you can compare, let's say, mortality figures like the official ones, and then you can look at this success test. You can see them now in the United Nations population databases and you can see some discrepancy, which is quite a large, but for many people, this state reaction to the pandemic was inadequate. And many people thought that it's just a proof of inadequacy on part of the whole regime, like political regime in the country, that it should sort of be more serious about these health risks and take care more about the population. So to some extent, yes, the protests were fueled by this reportedly inadequate reaction by the authorities. Yes. Okay, thank you so much. Vielleicht können wir zu der Frage, die Katharina Keding aufgebracht hat, zurückkehren nach den zentralen Symbolen. Also Frau Keding hatte ja sehr plastisch deutlich gemacht, dass zentrale Symbole in Belarus umgewertet worden sind in der jüngsten Zeit. Und ich möchte noch mal zu der Flagge zurückkehren, die ja das Bild, was uns in den Medien präsentiert wird, sehr stark dominiert. Ist sie ein Symbol für nationale, möglicherweise auch nationalistische Einstellungen der Belarusen? Oder ist sie einfach ein Symbol, das man gefunden hat? In jeder Revolution braucht man zentrale Symbole. Also ist diese weiß-rote Flagge vielleicht auch eher ein zufälliges Symbol oder eben ein dezidiert nationales, vielleicht sogar nationalistisches. Ja, ich würde sagen, das ist auch interessant, genau an diesen Protesten, dass diese Symbolik, die gewählt wurde und vor allem die weiß-rot-weiße Flagge, sie ist eben wird nicht als Symbol dieses nationalistisch gefärbt oder wie es früher seit 1994 auch von der Position benutzt wurde, wahrgenommen, sondern in dem, was ich alles beobachte, ist es ganz klar ein Symbol einfach für diesen Neuaufbruch und was für Unabhängigkeit, Souveränität steht und Belarus ohne Lukaschenko. Und weil sozusagen dieser andere Symbol, die rot-grüne Flagge, sie ist ganz stark mit Lukaschenko verknüpft, also sie wurde von ihm eingeführt im Referendum von 1995, sie ist mit Hilfe eines Referendums und sie ist ganz stark auch zum Beispiel, es ist in jeder Schule oder in jeder staatlichen Behörde hängt einfach ein Porträt von Lukaschenko mit dieser grün-roten Flagge sozusagen und weil, und sie wird sehr stark einfach mit ihm, mit seiner Persönlichkeit assoziiert und mit diesem System, das er aufgebaut hat, für die meisten Leute ist es einfach das Thema ein neues Belarus, keine Diktatur mehr, ohne Lukaschenko, also Vertrauensbuch ist gebrochen, Vertrauen ist gebrochen in der Gesellschaft zu der jetzigen Regierung und es muss wieder hergestellt werden. Es soll sozusagen dieses politische System neu geladen werden, also wenn man wem ein Computer verwendet sozusagen und ich glaube, das ist so ganz eindeutig, dass viele Leute und da sind tausende Leute, die auf die Straße gehen mit dieser Symbolik, nicht viele wissen davon auch, was dahinter steckt, wann diese Flagge verwendet wurde, was sie genau bedeutet, sondern die Leute haben sich sehr schnell organisiert, sehr schnell wurden diese Ziele herausgebildet, für was, was wir jetzt eigentlich wollen als Gemeinschaft und die sind sehr eindeutig und sehr klar, können sehr viele Leute verbinden und man hat einfach sehr schnell nach Symbolen gesucht und es war schon eine Flagge da, genauso symbolisch da und auf die wurde einfach zugegriffen und man konnte auch ganz gut beobachten, die ersten Wahlkampagnen von Svetlana Tikhanovskaya, die dann auch vor allem die Provinz bereist hat, zu den ersten Veranstaltungen kamen noch sehr viele Leute sowohl mit rot-grünen Flaggen als auch mit weiß-rot-weißen Flaggen und dann, als sich sozusagen die Situation radikalisierte weiter, es wurden Präsidentenkandidaten ins Gefängnis gesteckt, es wurden Plastifikationen vorbereitet, indem man Wahlbeobachter nicht zuließ, die Unabhängigen und als sich sozusagen die Situation radikalisierte, also noch vor der Wahl, hat man gesehen an diesen Veranstaltungen von Svetlana Tikhanovskaya und den Veronika Zabkalo und Maria Kolesnikova, dass es immer mehr sozusagen die weiß-rot-weiße Flagge einfach zum Symbol vom neuen Belarus von Veränderung wurde. Genau, und das ist ein ganz klarer Unterschied, genau wie diese Symbolik früher wahrgenommen wurde und sie wurde eigentlich fast bis 2020 marginalisiert. Also es war eine kleine Gruppe, die mit dieser Symbolik aufgetreten ist und hier auch ganz was anderes an Bedeutung zugemessen hat. Das hieß, also dieser Flagge hieß vor 2020 sozusagen Veränderungen auf weiß-russisch mit bestimmten Geschichtsbildern, genau, und jetzt sehen wir eine ganz andere Situation. Sie steht für das neue Land, für Demokratie und Souveränität. Ja, also neben der Flagge tritt ja auch die große Einheit und Einigkeit der Protestbewegung, die das Volk repräsentiert, hervor. Also vor allen Dingen, wenn man es mit der Ukraine vergleicht, wo man im Maidan eben auch bestimmte Parteien schon hatte, Gruppierungen, ein Links und Rechts, das alles scheint es in Belarus nicht zu geben und auch kein starker Ost-West-Gegensatz, wie er in der Ukraine doch hervorgetreten ist. Ich möchte da mal, wenn die Leitung nach Minsk widersteht, würde ich gerne Antonia Winski fragen, ob er dazu etwas sagen kann, ob das ein Phänomen unserer Wahrnehmung ist oder ob man tatsächlich sagen kann, dass Belarus als Protestbewegung, aber auch in seiner gesellschaftlichen und sozialen Struktur sich erstaunlich homogen darbietet. Ja, also ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt so aus nichts reden werde, vielleicht wird es so besser klappen. Die Internetsteuerungen sind mir normal in Belarus. Also ich glaube, da gibt es natürlich viele Faktoren bei dieser Wahrnehmung. Teilweise liegt es natürlich daran, dass die Ziele des Protests so breit aufgestellt sind, dass sie, die Hanowska wird manchmal sogar als Antisignifier bezeichnet oder erklärt, wieso sie so eine große Mehrheit hinter sich bekommen konnte, weil ihr Programm eben so natürlich absichtlich vage und möglichst unpräzise gemacht worden ist. Aber andererseits könnte man auch sagen, dass Russland tatsächlich im Vergleich zur Ukraine viel kleineres Land ist und viel homogeneres. Historisch gesehen, also wenn man auf die Westukraine schaut, hat sie natürlich schon zu Österreich-Ungarn, zur Habsburger Monarchie angehört, was im Fall von Weißrussland nur teilweise zutrifft mit Westweißrussland und ihrer Zugehörigkeit zur Zweiten Polnischen Republik. Aber es gibt natürlich auch Versuche von Lukaschenko selbst und von seinen Propagandisten, die er im August auch aus Moskau als Hilfe geholt hat. Es gibt Versuche, die diverse Spaltungslinien in der Gesellschaft hochzutreiben. Und dazu gehört auch West-Ost-Gegensatz, Jung-Alt, Minsk-Provinz, einige andere, was natürlich als Versuch gesehen wird, die Protestbewegung kleiner zu machen. Ja, vielen Dank. Ich würde noch eine Frage anschließen nach den Emotionen. Also die Teilnahme an den Demonstrationen, an Protest, setzt ja großen Mut voraus. Man muss damit rechnen, verhaftet zu werden, gefoltert zu werden. Man muss auch letztlich um sein Leben fürchten. Also welche Entschlossenheit dazu gehört, überhaupt auf solche Demonstrationen zu gehen, ist, glaube ich, für uns hier in Deutschland, jedenfalls in Westdeutschland, gar nicht nachvollziehbar für die Menschen, die die Revolutionen in der DDR erlebt haben, dagegen schon. Also meine Frage ist, welche Emotionen entstehen in dieser Revolution und welche emotionalen Regime versucht die Staatsmacht dagegen zu setzen mit ihren Inszenierungen. Also wir alle haben die Bilder gesehen von Lukaschenko mit dem Hubschrauber und Lukaschenko mit schusssicherer Weste und Kalaschnikow. Ich weiß nicht, wer die Frage beantworten möchte. Vielleicht Frau Keding, weil Sie auch schon über die Rolle von Männern und Frauen gesprochen haben. Leckt Ihnen die Frage nahe? Ich würde genau, nur kurz vielleicht mit diesen Bildern von Lukaschenko und Kalaschnikow anfangen. Und da ist es interessant zu beobachten, dass eigentlich in Belarus und vor allem in den Chats und so bei unabhängigen Medien gibt es diese Kommentarfunktion zur Nachricht, zu den Nachrichten kann man ganz gut sehen, dass sie mit sehr viel Ironie wahrgenommen werden. Er wird ausgelacht, es werden unterschiedliche Mems gleich produziert und ich habe eher sozusagen da ist es gar keine Nachrichten, die mit Angst oder solchen Gefühlen verbunden sind. Und das war sehr interessant, diese Beiträge und teilweise auch sehr lustig, die zu lesen, weil die Leute einfach genau sehr, sehr viel Humor aufbringen und das als seine Schwäche ansehen. Und ich glaube, also diese Auftritte, wie ich sie das verstehe, sind vor allem eine Botschaft an seine Leute, militärische und vor allem an Omon, genau die, in denen er einfach denen sagt, ich bin mit euch bis zur letzten Patrone, der ist ja auch zu diesen Leuten gekommen, hat sich bedankt und sie haben dann eben applaudiert und auch gesagt, wir bleiben mit ihnen bis zum Ende. Genau, und ich denke, das ist vielleicht, ich weiß nicht, welche Reaktionen genau diese Bilder im Westen haben, aber seine, genau, wahrscheinlich Intention war, entweder Proteste einzuschüchtern damit oder vor allem dann diese Leute, mit denen er spricht, genau die Leute anzusprechen und auch, genau, also das ist vielleicht so der eine Punkt und der andere Punkt, der auch ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, dass diese Protestbewegung von 2020 auch sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten an dem Protest bietet. Wir beobachten, dass es eine Zivilgesellschaft sich in Weißrussland herausbildet und das war lange Zeit auch nicht der Fall in Belarus, weil es einfach diesen sozialen Vertrag war mit der Macht, sozusagen, Macht sichert Stabilität für die Leute und es wird wenig Arbeitslosigkeit geben, die staatlichen Betriebe bleiben erhalten und das Folge, sozusagen, die legiert dieser Macht, genau, einfach, genau, das legiert und die Leute wollten sich nicht einmischen und jetzt, genau, ist es anders, man sieht an sehr vielen Stellen diese Herausbildung und Aktivwerden der Zivilgesellschaft, das hat dann natürlich auch Covid-19 sehr stark verstärkt, sozusagen, diese Prozesse, als die Leute gesehen haben, wir sind auf uns alleine gestellt, wir müssen selber handeln, es gab dann zum Beispiel im Haus von meiner Mama, gab es ein paar Rentnerinnen, die Kinder im Ausland hatten, die wussten schon mehr Bescheid, Covid-19 war ja in Deutschland auch etwas früher als in Weißrussland angekommen und sie haben einfach mit ihren Kindern gesprochen und gefragt, was man tun soll, was empfiehlt man, sozusagen, haben einfach in so Chats, die dann diese Hochhäuser haben, einfach diese Informationen verbreitet und sozusagen diese Formen auch der Selbstorganisation auch in dieser Protestbewegung beobachten wir ganz klar auch jetzt und es gab ganz viele Angebote, zum Beispiel während der Wahlkampagne wurde angeboten, einfach ein weißes Bändchen zu tragen, was für ein neues Belarus steht und einfach bedeutet, dass man eine Veränderung wandeln möchte und man hat dann auf einmal ganz viele Menschen gesehen mit diesen weißen Bändchen und dafür musste man jetzt nicht sehr viel Angst aufbringen oder die Leute, die dann Bushaltestellen bemalen mit weiß-rot-weißen Flaggen oder Kakerlaken überall malen, die Symbol für Lukaschenko sind, das ist ein Produkt der Kampagne von Tichanowski, der Lukaschenko als Kakerlake bezeichnet hat, den man mit einem Hausschuh sozusagen töten müsste und die Leute tragen ab und zu einfach einen Hausschuh in der Hand, genau, aber es gibt wahrscheinlich, die Mehrheit geht tatsächlich auf die Straßen und das sind, wenn man den Bilder anschaut, nicht nur junge Leute, sondern auch Rentner, es gibt auch sehr starke Bewegungen, sich in Arbeitskollektiven auch zu versammeln und so aufzutreten als dann Lehrer dieser Universität oder Schüler, Ärzte hatten auch eine sehr sozusagen starke, die sind nach außen aufgetreten als eine geschlossene Gruppe, genau, und das sind so die Sachen, die ich beobachte und wahrscheinlich und tatsächlich man spricht auch heutzutage davon, dass viele Leute traumatisiert sind von den Ereignissen, dass es für Leute nicht mehr sicher ist, einfach rauszugehen, viele wurden festgenommen, nur weil sie vorbeigegangen sind an den Protesten oder auch im Café saßen, viele IT-Unternehmen beschwerten sich auch, dass ihre Arbeiter einfach festgenommen wurden auf der Straßen, nur weil die Firmen einfach zentral platziert sind und die Leute nach Hause gingen, genau, und dafür auch geschlagen wurden und deswegen ist es jetzt, ich glaube, es ist nicht einfach und man rechnet schon mit diesen, genau, mit Verhaftung, genau, es gibt auch viele, die auch mit Kindern dahin kommen, aber ich glaube, dass die Nachfrage einfach nach der Veränderung ist auch so groß, dass das die Leute auch antreibt und auch dieses Trauma, was den Leuten zugefügt wurde, während dieser Prozesse, das ist vielleicht auch so eine Art Trigger, dass die Leute, es wurde sozusagen schon das Letzte zerstört und es gibt keinen Weg zurück und das gibt den Leuten wiederum sehr viel Mut und sie fühlen sich auch nicht allein bei diesen Protesten und das hilft auch, sie sehen auch, es werden in unabhängigen Medien sehr viele auch Bilder von den Zeitschriften aus westlichen Europa, aus den USA gezeigt, wo Belarusen auf den Titelseiten stehen und Frauen mit Blumen und das wird auch glaube ich auch sehr positiv aufgenommen und die Leute wissen, dass die ganze Welt auf sie schaut und das gibt denen auch Kraft. Wir haben ja verschiedentlich jetzt auch schon die Frage angeschnitten, mit welchen Strategien Lukaschenko arbeitet, also dass er beispielsweise den Gegensatz von Jung und Alt, von Ost und West, von städtischer und ländlicher Bevölkerung zu nutzen versucht. Eine andere Ebene ist ja das Ausland, also er betont ja eine vermeintliche Gefahr aus Polen oder aus Litauen und therefore meine Frage ist, was die relations zwischen Polen und Belarus und Russland was kind of influence kann man observe? Well, the relations between the countries have been quite strained for many years. I mean, history plays a role and also geopolitics. And for some people Belarus is still a divided nation, like between those who incline to the West and to Poland in particular, and those who incline to the Eastern Russia in particular. And some say this protest is like a moment of truth for this kind of nation building, and some hope that this nation building will consolidate through, I mean, with the help of this protest. But what you can see now is that the authorities are trying to play this implicit divisions, at least implicit because of this situation with the Catholic Church, for example, in Belarus, when you see that the bishop, Belarus bishop of the church was not allowed to return to his country, although he is a national of Belarus. And then when you see that some military drills are being planned and staged, actually, in the most Western region of the country, Grotna, when the governor of this region is being replaced, and it all happens in the weeks immediately after the elections. So this is like a signal both to the population of Belarus and to Russia as well that Belarus is, at least in this moment, at least official, officially is tilting towards the East rather than to the West. And some analysts and some people like in Belarus are very unhappy about it, because they think it's just like wasting what was built up in terms of better relations with the West in the last five or seven years after the crackdown of elections in 2010. So there's been a lot of painstaking diplomacy personally by Foreign Minister Mackay and his associates. And as some commentators, including John Floyd, his latest brief on Belarus, which was released yesterday, I think, he says that it seems that all of this has been squandered, I quote. Yeah, and it really looks like Belarus, or Lukashenko personally, is putting himself in the corner of the Russian influence. And it may be the final corner, actually, because, I mean, if you look at what was the relations between Belarus and Russia before the elections and what they became after the elections because of this protest, it's really obvious that if there was no support from Russia, which was possible only by Lukashenko taking this anti-Western stance and trying to play this anti-Polish sentiments and trying to use the Catholic Church, at least its officials. I mean, who knows what would happen now on the streets, you know, without these signs of support from Moscow and these direct contacts and visits and everything, you know. So, yes, I mean, there's a lot of geopolitics now getting involved in Belarus. And it's very difficult to judge now because we don't know much what's going on behind the scenes. But from the signals that we get, it looks like Belarus is trying officially, like at least by Lukashenko is trying to shut the Western border and open the gate on the East, which may not work out in terms of, for me as an economist, economically as good as it should, as it probably hoped by the authorities. Maybe the final countdown, economically, yes. Okay. Und die Frage nach Lukashenko. Also spielt er als Person eine herausragende Rolle? Muss man seine Biographie kennen und verstehen, um seine Rolle einschätzen zu können? Wie ist überhaupt er als Person zu bewerten? Vielleicht stelle ich die Frage Ihnen, Frau Kehling. Ja, ich habe mich jetzt mit seiner Biografie nicht allzu viel beschäftigt, genau im Rahmen meines Themas. Genau, was über ihn zu sagen ist, dass er ein ehemaliger Kultusenleiter einer Kultusen ist, genau, der sozusagen auch seit 1994 regiert und genau so lange an der Macht ist, schon seit 26 Jahren. Genau, dass er sozusagen von einigen Leuten auch aus der Politik als so ein wichtiges, es gibt glaube ich so einen Begriff in der Politik, politisches Tier genau bezeichnet wird, der sehr gutes Gespür hat, genau, für Macht und genau, sehr viel, er weiß sonst nichts, was er im Leben tun kann. Genau, er möchte nur regieren und hatte ja früher auch, wollte er der Leiter der 1999 gegründeten Belarus-Russischen Union genau werden und das wurde sogar von Jelzen auch eher unterstützt und das hätte glaube ich auch ihm sehr gut gepasst damals, genau, jetzt ist es ja schon längst nicht mehr möglich für ihn. Und er ist natürlich auch ein Mensch aus der sowjetischen Generation, einer der, genau, einer aus einfachen Verhältnissen, der keine Fremdsprachen spricht, der wenig unterwegs war in Europa, genau, und der sozusagen zu der heutigen Bevölkerung, vor allem zu den jungen Leuten, auch nicht mehr passt. Also sie nehmen ihn nicht mehr, für die ist es nicht mehr, genau, ein interessanter Persönlichkeit, hinter dem sie gehen wollen, sozusagen. Das ist auch ganz klar, der hat jetzt in letzter Zeit sich ausgezeichnet, dadurch, dass er sehr abwertend immer gesprochen hat über Belarusen. Also der ist einfach zu lange an der Macht und zu sehr in so seiner Blase und hat immer noch die Vorstellung, er wird von den Belarusen geliebt und es gibt einfach nur Leute, die vom Ausland gesteuert werden und gegen Bezahlung dann so die Lage im Land destabilisieren. Also davon ist er, glaube ich, fest überzeugt, immer noch und genau, hat tatsächlich bis in die 2000er Jahre auch eine Popularität genossen, wegen seiner Politik und dieser stabile Wirtschaftswachstum hat ihm das ermöglicht. Genau, aber es ist jetzt schon längst wenig so und je mehr diese neue Generationen heranwachsen und wählen und aktiv sich am Leben beteiligen wollen im Land, desto weniger passt es genau mit ihm. Er hat auch sehr viele Äußerungen in letzter Zeit sich erlaubt, die gegen Frauen gerichtet wurden. Also die Leiterin der Wahl, die Zentralen Wahlkommission, Lidia Jermoschner, sagte immer wieder, die Frauen sollen zu Hause bleiben und Borscht kochen. Lukaschenko meinte auch vor der Wahl, mehrmals eine Frau kann nie eine Präsidentin werden. Er hat Frauen beleidigt und gesagt, sie werden einfach zusammenbrechen, wenn sie jetzt diese Gelegenheit erhalten. Genau, und das hat natürlich auch sehr viele Leute aufgebracht, auch seine Äußerungen wegen der Covid-19. Was für Lukaschenko auch noch wichtig ist, er hat auch sehr stark diese polizeiliche und militärische Macht aufgebaut. Also was wir bei den Protesten 2020 gesehen haben, das ist eigentlich nicht neu, das kam nicht von heute auf morgen, sondern bereits seit 1994 ist diese Spezialeinheiten um fünfmal gestiegen bis heute, auch die Armee um viermal. Genau, und das ist sozusagen, wo er ganz früh vierfacht wurde oder fünffacht und er hat auch sehr hohe Ausgaben, genau für diese Bereiche. Und er hat, glaube ich, auch schon ganz klar verstanden und er sozusagen unterstützt das, gibt viel Geld auf, baut das auf. Und was wir jetzt nur gesehen haben, das war so einfach, was schon länger am Laufen war und jetzt einfach zur Anwendung kam. Also das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass er eher mit solchen Mitteln, mit dem Betrug, wie, genau, also es ist jetzt kein Mensch, der Dialog mag, genau, mit dem man das irgendwie auf einem friedlichen Weg klären kann. Genau, wie er jetzt auch immer wieder betont, genau, man muss ihn erschließen, dann geht er erst oder denkt, wer will nicht mit der Straße reden und Koordinierungsrat, die wollen nur das Schlechte für Belarus und so weiter. Man muss eigentlich nur gewinnen, also es gibt, weil er so radikal sagt, ich will nicht reden, also gibt es eigentlich auch nicht so viele Möglichkeiten, genau, außer die zweite Seite muss gewinnen oder es muss etwas passieren, anderes noch. Ja, die Szilaviki, also diese Omon-Truppen und die Armee sind ja, also man fragt sich, wie unauflöslich die mit der politischen Macht, mit Lukaschenko verbunden sind. Also schließlich haben auch die natürlich Eltern, sie haben Geschwister, sie haben vielleicht Kinder, also auch die Armeetruppen sind in irgendeiner, vielleicht in einer schwachen Form mit der Gesellschaft verbunden. Also in welchem Maße, man kann das sehr schwer einschätzen natürlich, aber in welchem Maße gibt es möglicherweise die Möglichkeit, dass die Symbole und Erwartungen, die in der Protestbewegung geäußert werden, auch aufnehmen? Ich denke, Sie nehmen das schon wahr, genau, und Sie haben, wie Sie richtig sagen, daran habe ich auch immer gedacht, Sie leben ja in der Gesellschaft auch und Ihre Kinder besuchen Schulen, wo die anderen Kinder hingehen, in den Häusern. Und das ist, glaube ich, was auch in dieser Protestbewegung im Koordinierungsrat auch stark so die Hoffnung war, vor allem in den ersten zehn Tagen, genau, dass diese Leute einfach, dass da eine Spaltung gibt und dass viele von diesen Leuten einfach nicht mehr mitmachen, genau. Aber es hat sich bis jetzt, es gibt natürlich einige Fälle von Leuten, die ausgetreten sind, es gibt zum Glück Initiativen der großen IT-Kampagnen für Umschulung diese Leute, genau. Und vor allem den Leuten in der Provinz helfen sie dann auch für die erste Zeit mit Geld bis zu 1,5 bis 2.000 Euro und bieten auch diese Umschulungen. Und das war auch so eine sehr starke Initiative von Panda-Doc, IT-Kampagne, wofür jetzt aber auch wiederum Festnahmen sind von Top-Management, genau. Und man hat sehr gehofft, als diese Initiativen aufkamen und die Videos auch von einigen Leuten, die sie ihre Uniform wegschmeißen, in den Mülleimer oder genau, einfach Anträge auf Entlassung posten. Genau, aber das gibt es wahrscheinlich immer noch, aber nicht so zahlreich, genau, wie man erhofft hat. Und sie sind immer noch, also immer noch stark, immer noch da. Die Leute radikalisieren sich etwas und versuchen zum Beispiel diese Masken von Amon, Spezialanheiten von den Leuten auch wegreißen. Genau, die laufen dann weg und verstecken sich im Autos, aber sonst ist es ein sehr grausames Bild von den starken jungen Männern, wie gesagt, mit diesen Masken. Und sie scheinen im Moment noch so eine homogene Einheit zu sein. Genau, man müsste sich natürlich fragen, also warum das ist. Also ich habe so einen Artikel darüber gelesen, dass es einfach auch ganz, müsste man genau gucken, welche Leute da aufgenommen werden. Und das sind sehr oft junge Männer oder Frauen gibt es ja auch aus der Provinz, Provinzstätten, die dann vielleicht aus einer Familie mit einem Eltern teilkommen oder sogar die ohne Eltern aufgewachsen sind. Und die durch Arbeit in diesen Anheiten einen sehr hohen Sozialaufstieg machen können. Sie kommen nach Minsk, sie bekommen tolle große Wohnungen, zu vergünstigten Preisen ein sehr gutes Gehalt. Genau, können gut leben und für diese Leute ist es sehr wichtig. Also sie sind sehr loyal, sie sind sehr dankbar dafür, dass sie haben. Und sie verstehen jetzt natürlich auch immer mehr, dass wenn sie jetzt wechseln oder wenn es Wandel gibt, dann fragen sie sich, wo bin ich dann, was passiert mit mir? Und Lukaschenko sagt jetzt auch in letzter Zeit immer wieder, diese Leute werden zerrissen, genau, wenn er nicht mehr da ist und das kann er nicht akzeptieren. Und er macht, glaube ich, denen auch Angst, dass sie ohne ihn sozusagen in den Abgrund gestürzt werden. Und genau, und das sind, glaube ich, so, man muss auch erst mal überlegen, wer sind diese Leute, was genau, was wollen sie, warum sind sie so homogen. Aber es ist noch nicht vorbei. Also das müsste man noch weiter beobachten. Ja, dann vielleicht zum Schluss der Diskussion die Frage an alle, die sich dazu äußern möchten, was ihre Erwartungen an die nächsten Wochen und Monaten sind. Und ich möchte Sie fragen, was sind Ihre Aufmerksamkeit für die nächsten Wochen und Monaten sind? Well, es ist schwierig, zu haben die Aufmerksamkeit für die nächsten Wochen, weil, wie viele sagen, es ist ein totaler Ordentlicher Situation in Belarus, und alles kann passieren, jeden Tag. Aber wenn es um die Jahrzehnte, und ich hoffe, dass etwas gut aus diesen Protest kommen wird, und die Wirtschaft und soziale Damage werden wird minimal, weil es sehr wichtig für Belarus, als ein Land mit einem mediumen Income, und nicht so starken Einkommen, besonders auf dem Manufaktur, und ein Land mit vielen sozialen Problemen, und nicht so starken Problemen, und nicht so starken Problemen, und nicht so starken Problemen. 27% der Bevölkerung sind Pensioneers, und 100% Dependent auf den Staat. Es gibt keine Income, aber die Pensionen sind sehr hoch, und viele Leute mit Familie-Support und Dependent auf den Staat. Ich denke, dass die Autoritäten werden mehr flexibel in der Reaktion und wiederholfen, ihre alten Faschungs-Approach zu diesem Mass-Movement weil, was wir so far gesehen haben, ist die Intention, dass es etwas, was wir bereits gesehen haben, wie ein Dägevue. Aber es ist nicht ein Dägevue für Belarus, für Lukashenko in particular. Er hat nichts gesehen, während seine Reaktion und er muss es in eine andere Weise behandeln. Und so far, ich habe noch nicht gesehen, wie viel Unterschied. So, was wir haben gesehen, ist es eher das gleiche. Und ich denke, es ist sehr gefährlich für die Lande, wenn es dieses Gap zwischen den Anerkennungen von so vielen Menschen und zwischen den Autoritäten, besonders dieser Mann, das ist nicht gut. Und meine Hoffnung ist, dass es, einen, 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 anderen, einen, We can see some positive developments, at least next year, which will be not just talk and some very superficial action, but really substantive action, which may lead to new elections, which may lead to a new political situation in Belarus, a totally new situation, but which would put the country on a more sustainable political economy track. Yes, I haven't seen so far. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Jarasiewicz, vielen Dank, Jekaterina Keding und vielen Dank, Anton Javitsky. Das war eine sehr spannende Diskussion, die wir jetzt hiermit abschließen.